Hi zusammen und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Gold Rush The Game. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Und ich habe für euch heute, heute habe ich eine ganz, ganz, ganz wichtige Information, ja, eine wirklich sehr brisante Information, die euch wirklich, ja, ich glaube, die sehr viele von euch stark erfreuen wird. Doch zuallererst einmal müssen wir versuchen heute, dass wir den Schlauch hier ans System angebracht kriegen, ja, hier also den nächsten Wasserschlauch, da müssen wir gucken, dass wir den nämlich hier unten an unsere Maschine angeschlossen bekommen und ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Ja, das Problem ist nämlich, man kann den Schlauch nicht mehr hier drüber verlegen, das will der einfach partout nicht machen. Vielleicht können wir ihn da drunter verlegen, vielleicht geht das ja, ja, es sieht schon mal gut aus, dass wir den Schlauch hier unten entlang verlegt bekommen, den Wasserschlauch. Ich muss nur kurz gucken, ey, das ist mit dem Anvisieren hier alles nicht ganz so einfach immer. Ja, so, ah, er zieht den da schon mal lang, das ist schon mal gut, er zieht den schon mal hier lang. Ah, komm, stell dich nicht so an. Oh, meine Güte, ey, dass wir den Hügeln runterlaufen, ne, das müssen wir aber nochmal üben, mein Freund. So, ich glaube, noch weiter will der aber nicht gehen, oder? Sieht das nur so aus. Ah, komm schon. Ah, weiter will er, glaube ich, nicht mit dem Schlauch gehen. Weiter kann er den, glaube ich, nicht ziehen, obwohl hier ist noch genug Platz eigentlich, ne? Ähm, ja, wir haben so ein kleines Problemchen momentan, Leute, weil wir brauchen hier Wasser an dieser Maschine, weil die verarbeitet quasi die grobe, ja, den groben Sand oder, ja, wie auch immer, ähm, den, ja, die Masse, die hier halt rauskommt, ne? Hier wird das Gold ja quasi grob aussortiert, hier wird das dann nochmal quasi verfeinert, ja, also zu, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja, das ist, da gibt es so viele Fachbegriffe, also ich muss sagen, Leute, ich gucke mir momentan auch die Serie Gold Rush an, aber das sind so viele Begriffe teilweise. Ich glaube, wir müssen nochmal in die Stadt fahren und müssen mal schauen, ob wir für die Wasserpumpe einen Verlängerungsteil finden, ja? Und dann müssen wir nochmal eine Pumpe kaufen, so wie es aussieht. Ich glaube, das macht mehr Sinn, Leute, also auf, machen wir uns auf den Weg in die Stadt hier. So, das hier erstmal zu, zack, ja, komm schon, äh, Moment. Erstmal die Ansicht wechseln, so, genau. Und dann war das X für Motor starten, ne? Und Handbremse rausnehmen, ja, genau, sehr schön. Dann fahren wir mal in die Stadt und kaufen eine neue Wasserpumpe und wir müssen einen Schlauch holen. Ich hab noch keine Ahnung, wie man Wasserpumpen miteinander verbindet, das werde ich jetzt heute zum allerersten Mal machen. Und, äh, da muss ich ein bisschen rumexperimentieren, ja? Ich nehm mir zur Sicherheit mal mehrere Sachen dafür mit. Oh Gott, ja, hier wollte ich jetzt nicht unbedingt gegenfahren. Ähm, es gab übrigens einige Updates schon wieder, oder es gab ein Update, was einige Bugfixes gebracht hat für das Spiel, ja? So, warum wollte ich das sagen? Unter anderem wurden, ähm, einige Dinge verbessert, wie zum Beispiel, dass die Mitarbeiter, man kann ja später Mitarbeiter einstellen, dass die mehr Gold fördern, so wie ich das gelesen habe. Und, ähm, zum Beispiel wurde jetzt umgestellt, dass man für, äh, fürs Laufen nicht mehr Schiff drücken muss, sondern das wurde jetzt getauscht. Das heißt, der läuft jetzt dauerhaft, euer Charakter, und wenn ihr Schiff drückt, dann geht der. Ja, aber was ich euch eigentlich heute mal in dem Video erzählen wollte und worum es gehen soll, ist, ähm, ich glaube, für die Simulatoren-Fans unter uns würde es eine erfreudige Nachricht von mir jetzt geben. Nämlich, meine lieben Freunde, nächsten Monat, ja, der lädt jetzt gerade hier, ne, nicht wundern, ja. Ja, nächsten Monat kommt, ja, ein riesengroßes DLC für den Farming Simulator oder Landwirtschaftssimulator 2017, ja. Für den kommt ein riesengroßes Update. Oh Gott, was machst du denn hier? Meine Güte, ey, das Auto, dass das das überlebt alles, ne, das ist echt ein Weltwunder oder grenzt an ein Weltwunder. Nächsten Monat kommt ein großes DLC für den Landwirtschaftssimulator 2017. Ich werde in Kürze, ähm, das letzte Video zur, äh, vorherigen Staffel, also die jetzt lief, hochladen, ja, die lief nicht sehr gut, die Staffel am Ende, muss ich gestehen. Ich muss auch sagen, ich habe sehr viel Farming- oder Landwirtschaftssimulator gespielt. Man darf halt nicht nur, äh, damit rechnen und sagen, ja, äh, du hast aber nur 100 Videos gebracht, ne, ihr dürft nicht vergessen. Ich habe das sehr, 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 sehr intensiv im Livestream gesuchtet, ähm, und das soll jetzt bei dem neuen DLC oder bei der neuen Staffel ein bisschen anders werden. Und zwar, ja, ich werde das Spiel auch im Livestream spielen, aber größtenteils nur mein YouTube-Spielstand. Ja, das heißt also, ähm, wir werden dort farmen und so, dann werde ich vielleicht Timelapse für YouTube aufnehmen, wo ich mit euch nebenbei quasseln kann und so. Und die kann ich dann immer schön in die Videos einbauen und alles, ist eine richtig schöne, feine Sache. Und ich denke, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir müssen jetzt nur mal kurz schauen, nämlich es gibt hier diese Schläuche, das sind, glaube ich, so, ne, das ist ein Hydraulikschlauch. Den brauchen wir gar nicht fürs Wasser, ne, die beiden sind für Wasser, ja. Der hier, der Hydraulikschlauch, der ist doch, glaube ich, für hier, ähm, den brauchst du für Maschinen. Ja, den können wir gar nicht fürs Wasser nehmen. So, wir nehmen mal einen hiervon noch mit hinzufügen, denn meine Vermutung ist, dass wenn wir hier eine Pumpe, äh, also eine weitere Pumpe anschließen wollen, dass wir das hier als Verlängerungskabel für die Pumpe nehmen müssen. Und dann müssen wir hier in die weitere, in die nächste Wasserpumpe, in die müssen wir quasi das Wasser reinpumpen. So, dann kaufen wir den ganzen Kram mal eben hier. Ja, unser Verkäufer, der ist leider noch nicht da, ist aber auch nicht so schlimm. Also wir werden auf jeden Fall eine zweite Staffel starten ab nächsten Monat. Und in der wird es ein bisschen anders laufen. Wir werden die neue Karte spielen. Und, äh, werden auch dort richtig, richtig Gas geben. Ich hab nämlich gesehen, es werden neue Sachen hinzukommen. Wie zum Beispiel, dass man Zuckerrohr ernten kann und neue Maschinen und all so ein Kram. Ja, ich hoffe, dass die, ähm, dass die Entwickler hinter, hinterm Landwirtschaftssimulator vielleicht doch so ein bisschen lamsang das Potenzial erkennen, wenn sie mal ein bisschen mehr Content reinbringen würden. Ich weiß, das ist ein Simulator und alles, Leute. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin zwar ein Fan von sowas wie jetzt Gold Rush oder Landwirtschaftssimulator 2017, aber ich bin doch irgendwo, würde ich sagen, noch ein Casual-Spieler. Ja, und ich muss ehrlich sagen, als Casual-Spieler, finde ich, wurde mir Landwirtschaftssimulator nach ein paar Stunden spielen, ich weiß, es gibt Leute, die versenken in dem Spiel über 2.000, 3.000 Spielstunden, mir persönlich wurde es aber auf Dauer irgendwann etwas zu langweilig, ja. Ähm, ich will auf jeden Fall gucken, dass ich in der neuen Staffel dann mit Lenkrad und meiner Sightech-Konsole spiele. Ich hoffe, dass das alles funktioniert, dass ich das gut eingestellt bekomme und so. Ich glaube, das wird ganz witzig werden. Und da werden wir da richtig, richtig schön Gas geben. Da hab ich richtig, richtig Bock drauf, Leute. Und ich glaube, das wird eine echt geile Zeit werden, also ab November. Da kommt ja echt einiges, ne. Das ARC-DLC steht bevor und, 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 und. Und für die Leute, die gerne, ähm, ja, Landwirtschaftssimulator auch sich anschauen wollen und gar nicht wussten, dass ich das Spiel spiele oder gespielt habe, es gibt eine riesengroße Playlist, wo mittlerweile, glaube ich, 100 Videos drin sind von Landwirtschaftssimulator. Die könnt ihr euch gerne, wenn ihr möchtet, mal gönnen, ja, da habt ihr ordentlich was zu tun. Wer jetzt viel Freizeit hat und nicht weiß, was er damit anfangen soll, der kann sich ja ganz gerne mal die erste Staffel von Landwirtschaftssimulator 2017 bei mir anschauen. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Support und das ist das nächste Thema, was ich ansprechen möchte. Und zwar, liebe Freunde, ich möchte mich bei euch bedanken für einen mega krassen Support, ja. Ich finde es so krass, wie die Goldrush-Folgen von euch supported werden und was für Kommentare da immer stehen. Macht immer wieder Spaß, die Kommentare auch zu lesen. Also, wenn ihr Bock habt, ihr könnt gerne jederzeit hier Kommentare reinschreiben, ja, ob ihr das Let's Play gut findet, was ihr mal gerne sehen wollen würdet im Let's Play. Und, ähm, auch die ganzen Likes, mega, mega krass. Wenn euch natürlich Goldrush gefällt, könnt ihr natürlich gerne weiterhin auch ein Däumchen nach oben dalassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir bauen jetzt als allererstes einmal, ähm, jetzt genau das Ding jetzt hier irgendwo hin. Wir müssen jetzt gucken. Wir stellen die mal eben kurz da hin. So. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass man nicht Schiff drücken muss mehr zum Laufen. Ab und zu drücke ich das zwischendurch und dann merke ich, oh, ich werde langsamer. Falsche Taste. So. Dann nehmen wir jetzt hier unseren Schlauch, schließen den da an. So. Und dann verlege ich den möglichst gerade bis nach hier unten, ja. Sehr schön. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. So. Die schließen wir dann hier direkt mit an. So. Zack. Die bekommt nämlich jetzt, ja, jetzt pumpt die eine Pumpe das Wasser in die andere. Genau das habe ich mir erhofft. Da hätte ich das ganze Spirenzchen hier vorher gar nicht machen müssen mit den ganzen Schläuchen und allem drum und dran. So. Den rollen wir jetzt erstmal schön auf hier. Oh, da war ich ein bisschen zu langsam. Ah, komm schon. So, zack. Ja, schön aufrollen den Schlauch hier, mein Freund. So. Dann müssen wir auch gleich hier Benzin einfüllen in die Pumpe. Dann kann nämlich heute schon das große Baggern, je nachdem losgehen, Leute. Mal gucken. Vielleicht finden wir einen Glory Hole. Wäre ja natürlich eine gute Sache. Also, ich muss auf jeden Fall sagen, Leute. Ich gucke mir ja aktuell die Serie von Gold Rush an. Und das ist schon echt krass, wie das Spiel so, also man merkt doch schon, wenn man das Spiel spielt, wie das so ein bisschen an das Spiel angelehnt ist. Vor allen Dingen versteht man jetzt auch im Menü die ganzen Bilder und so, die da drin sind von den Personen und sowas. Wenn man zum Beispiel ein neues Spiel startet oder ein Spiel laden macht, ne. Das versteht man jetzt, weil man weiß, wer die Personen sind auf den Bildern. Und ich muss echt sagen, Gold Rush ist schon echt eine ziemlich geile Serie. Also, das ist schon ein sehr, sehr interessantes Thema, so Goldschürfen. Und mit was für Kosten und allem das verbunden ist, das ist echt unglaublich. Und wie viel Glück man teilweise auch haben muss. Ja, so ein Spiel ist mir da auf jeden Fall viel, viel lieber. Ich hoffe, dass die Entwickler hier im Spiel auch noch sowas reinbringen, wie so ein Glory Hole und so. Aber, dass das halt random generiert wird und so ein Kram, dass man Glück haben muss, wenn man buddelt und sowas, ne. Fände ich schon ziemlich, ziemlich geil. So, jetzt stellen wir hier den Benzinkanister ab, denn wir müssen eben den Deckel, glaube ich, aufmachen, oder? War das nicht so? Ah? Ne, muss man hier nicht. Schade. Ey, ich wäre da gut ein Deckel, den man abschrauben könnte. Ich hoffe, die Entwickler machen es noch. So, sehr schön. Also, Benzin wird jetzt eingefüllt. Oder Diesel, besser gesagt. Sehr schön. Wir arbeiten ja mit Diesel, glaube ich, weil die Maschinen da nicht so viel fressen. Ich glaube, Benzin wäre doch ein bisschen teuer. Ich kann über meinen Haupt, wenn ich jetzt irgendwelchen Müll erzähle. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren, wenn ich irgendwelchen Unsinn erzähle hier. So, Freunde. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir zum allerersten Mal unsere Anlage in den Betrieb. Und alle Leute fragen sich, wird er heute das große Gold machen? Denn Kevin muss mindestens zwei Unzen Gold pro Tag machen, um seine Kosten von 1000 Dollar, die er am Tag investiert, in seine Anlage und Mitarbeitergehälter. Und ja, ich höre auf. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier, äh, wo ist das Teil? Ich muss da dran ziehen, damit der Motor angeht. Ja, wo war das Ding? Da. So. Jetzt machen wir erstmal hier den Motor an. Ja, sehr schön. So, dann machen wir hier den Motor an. So, das Wasser läuft. Wir schalten die Maschine zum ersten Mal ein. Ach nein, wir müssen hier auch noch den Motor anmachen. Also, prom. So, sehr schön. Es funktioniert. Ja, hier oben kommt auch Wasser raus. So, und das Teil funktioniert, glaube ich, auch so, wie es aussieht. Ja. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch schnell unseren Bagger holen. Der steht hier oben. Unser 200er war das, glaube ich, ne? Ein 200er hatten wir. Mit dem fahre ich jetzt rüber. Und dann werden wir jetzt anfangen, das erste Gold zu schürfen, meine lieben Freunde. Das ist ein bisschen die, äh, komplexe Steuerung. Also, seid mir nicht böse, wenn das jetzt erst ein bisschen schleppend vorangeht. Weil ich muss da erstmal reinkommen in die ganze Geschichte. So, zack. Ja, komm schon. Und. Erstmal Außenansicht. So. Und los geht's hier. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir erstmal alles hoch machen hier. Moment. Ähm, Schaufelkamera. Steuerung ausblenden. Ach, genau. Ich muss erstmal in den, äh, Modus wechseln mit Shift. So, da kann ich nämlich die Schaufel bedienen alles. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ne, Schaufel nicht runter. Schaufel öffnen. Nein. Großer Arm hoch. Ja, genau. Den wollte ich jetzt machen hier. So. Weil jetzt kann ich hier nämlich erstmal ein bisschen besser fahren. So, mit unserem 200er. Boah, das ist schon echt krass, wie detailgetreu auch die ganzen Sachen sind, ne? Der sieht schon so ein bisschen aus wie aus dem Film. Der, äh, aus der Serie der 400er. Nur ein kleiner. Auf jeden Fall. Halt nur ein kleinerer Bagger, ne? Aber den 400er werden wir uns irgendwann auch gönnen, wenn wir das Gold dafür haben. Macht euch da mal keine Sorgen drum, Leute. Das kriegen wir schon hin. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir hier auf jeden Fall vorwärts kommen. Es haben schon ein paar Leute gesagt, ich soll mir diesen Goldwaschtisch holen. Das werde ich auch noch machen, Leute. Aber zuallererst einmal müssen wir jetzt Gold schürfen. Wir müssen jetzt erstmal wirklich auf ordentlich Gold stoßen. Und müssen gucken, dass wir hier vorankommen. Sonst wird das Ganze ein bisschen schwierig. Also macht euch da mal keine Sorgen. So. Da bin ich auch schon. Und jetzt beginnen wir mit dem Gold schürfen. Erstmal müssen wir uns jetzt hier richtig positionieren. So. Zack. Okay. Und dann müssen wir jetzt schauen. Also. So machen wir den hoch runter. Ja. Und mit G, glaube ich, war das Schaufel hoch. Nee. Äh. Schaufel runter. Genau. So. Nee, war das. Warte. So. Ah. Komm schon. Ähm. Ich muss gerade jetzt, wie gesagt, schon reinkommen erstmal in die ganze Sache. Das ist immer so die Geschichte, ne. Man muss da erstmal richtig reinkommen. Ja, doch. So was. Ja, genau. Muss die Schaufel aber zumachen. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Was fällt mir das alles hier raus? So. Ach, herrje. Ich glaube, ich muss besser mit der Maschine parken. Die Maschine steht nicht so gut. Die Maschine steht nicht so gut. Oder wartet mal. Moment. Moment. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht. Ich muss erstmal die Schaufel. Ähm. Genau. Ich bin so ein Dummkopf. So. So muss die Schaufel sein. Weil dann kannst du nämlich viel besser damit buddeln. So. Dann öffnen wir die mal. Ja. Wie gesagt halt. Ich muss erstmal reinkommen. Ähm. Ja. So. Schaufel. Ja. Genau. So. Und dann müssen wir den ein. Nicht aussteigen. Mensch. Ah. Die Steuerung. Muss man ehrlich sagen. Das sind sehr, sehr viele Tasten. Äh. Ich habe auch im Livestream so ein bisschen gebraucht. Bis ich das drinne hatte. Ähm. War das F? Ja, ne? F war das. Ja. So. Und jetzt tun wir die Schaufel. Quasi so. Wir müssen kurz gucken. Ne. Nicht T. Äh. G war das. Genau. G. So. Und jetzt kommen wir nämlich hier. Bis wir da sind. Das wird schon ein bisschen dauern. Bis wir da sind. Dass wir hier die ersten. Die ersten Sachen rauskriegen. Ja. Ihr seht schon. Das ist nicht so ganz einfach. Aber da seht ihr schon. Der erste Dirt ist da drinne. Ja. Wir haben es schon geschafft, Leute. Äh. Das ist. So langsam macht der Kevin hier Fortschritte. So. Sehr schön. Jetzt tun wir die nämlich erst mal wieder hier so. Zack. Oh Gott. Jetzt habe ich wieder ein bisschen daneben geschüttet. Ja. Das ist nicht so ganz einfach. Also ich muss sagen. An der Steuerung vom Bagger. Ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen was machen. Der ist schon echt sehr, sehr, sehr komplex. Meiner Meinung nach. Ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall noch mal irgendwie drüber gehen. Und den so ein bisschen. Ja. Wie soll ich sagen. Komfortabler machen. Ne. Dass der nicht so. Ganz so. Unkomfortabel ist. Oh. Ne. Achso. Ich kann ja auch so das Ding machen. Genau. So. Ja. So können wir das eigentlich. So können wir eigentlich viel besser buddeln. im Moment, ne. Oh. Warte. Wir müssen jetzt hier erst mal gucken, dass wir hier. Ne. Jetzt lässt er die Hälfte rausfallen dann, ne. Ja. Jetzt müssen wir die Schaufel erst mal wieder öffnen. Mit T. So. Und jetzt muss ich gucken mit F. Ja. Genau. Mit F machen wir das so. Boah. Jetzt haben wir hier eine ordentliche. Ne. Haben wir nicht. Junge. 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 So. Jetzt aber hier, Kevin. Komm schon. Jetzt machen wir hier ordentlich. Ja. Jetzt machen wir hier so ordentliche Fuhre. So. Ne. Nicht wieder T. G wollte ich drücken. Genau. G. So. Und jetzt erst mal hier rüber. Bevor wir jetzt hier irgendwie alles ausschütten. Müssen wir hier erst mal über die Maschine drüber. So. Ja. So langsam kommt es jetzt. So langsam kommt die Steuerung rein, Leute. Ja. Wie gesagt. Das ist immer so eine Sache, ne. Man muss. Da muss man erst mal wieder richtig schön reinkommen. Die ganze Geschichte. So. Oh Gott. Oh Junge, Junge, Junge. Kevin, ey. Wir wollen den nicht verlieren, den Bagger, ne. Ganz vorsichtig, Freundchen. Ganz vorsichtig. So. Und rein damit. Sehr schön. Speist die Anlage. Die muss durchgehend laufen. 24 Stunden werden wir jetzt hier die Anlage in Betrieb halten. Und dann werden wir den nächsten Cleanout machen. Und die Leute werden sich fragen, wie wird dieser Cleanout ausfallen? So. Sehr schön. Komm schon. Boah. Das sieht doch schon mal gut aus, Leute, hier. Das läuft ja schon richtig, richtig gut mit meiner Anlage. Oh, ich Idiot. Oh Gott. Oh Gott, ich habe alles umsonst gemacht. Ich bin so ein Dummkopf, Leute. Ich habe hier schon die Eimer. Ich hätte hier einen Eimer drunter stellen müssen unter die Anlage. Wie kann man nur so ein Dummkopf sein? Okay, sagen wir mal so. Ich glaube, ich würde auf dem Clean der Hoffmans niemals mitarbeiten dürfen. Ich komme mir jetzt vor wie dieser eine Typ, den alle fertig gemacht haben am Anfang. Der hatte übrigens auch rote Haare, glaube ich, oder? Der hieß bestimmt auch in Wirklichkeit Kevin. Holy shit, ey. Wie dumm kann man sein? Und ich wundere mich die ganze Zeit so, hä? Warum bleibt das denn da nicht drinnen? Und dann gucke ich irgendwann und sehe so. Und dann denke mir irgendwann so, hä? Du hast doch noch in gar keiner Folge, glaube ich, einen Eimer unter diese Maschine gestellt. Jetzt habe ich die ganze Zeit hier gebuddelt, aber alles war umsonst. Junge, ich bin so ein Dummkopf. So, zack. Erinnert mich wirklich an diesen Typen so ein bisschen aus Gold Rush. Also aus der Serie Gold Rush. Der in der ersten Staffel schon abgehauen ist, weil die den alle so fertig gemacht haben. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Ich weiß seinen Namen jetzt nicht mehr. Ich kenne nur Todd. Den Namen konnte ich mir merken. Und Jack. Mehr kann ich mir, glaube ich, nicht merken. Und Schnabel, genau. Parker Schnabel. Den konnte ich mir auch noch merken. So, zack. Der Sohn von John Schnabel. So war das. Genau. Ja. Ich glaube dann in der nächsten Folge, Leute, da geht es dann richtig los. Da werde ich dann, ja, ein bisschen ertragreicher arbeiten, hoffentlich. Und nicht vergessen, den Eimer da drunter zu stellen. Ja, das ist so ein richtiger Kevin-Move jetzt gewesen, ey. So. Aber ihr seht schon, das mit dem Baggersteuern, das klappt auf jeden Fall. Ja, Leute. Da würde ich mal sagen, auch wenn ich jetzt gerade richtig heftig gefailt habe. Ihr könnt ja mal, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, auf jeden Fall mal in die Kommentare einfach schreiben. Richtiger Kevin. Ja. Ich meine, das gehört einfach dazu, ne. Ich sag mal, was wäre ein Simulator ohne meine typischen Kevin-Moves. Ja, das haben wir ja auch schon in LS17 oft genug gehabt, dass ich einfach mal so mir einen richtigen, einen richtigen, äh, ja, Kevin-Move erlaubt habe. Ähm, und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und dann werden wir in der nächsten Folge gucken, dass wir hier auf jeden Fall diese Maschine schön bestücken. Ihr seht ja, das geht viel, viel schneller. Außer man macht es halt echt richtig, richtig Kevin-mäßig. So richtig schlecht, wie ich das jetzt hier gerade mache. So, wir müssen die Schaufel nämlich jetzt hier einmal schließen. So, zack. Und dann gehen wir wieder hoch. Ja, und dann werden wir mal gucken, was uns der nächste Clean-Out bringen wird. Und ich hoffe, dass das eine Menge sein wird jetzt hier mit dem Bagger, ne? Dass wir hier so eine halbe Unze auf jeden Fall rauskriegen. Das wäre schon ziemlich nice. Wird dann der nächste Clean-Out einfach mal zeigen, würde ich an der Stelle sagen, meine lieben Freunde. Naja, ich sag einfach mal Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Gold Rush. Ich bin jetzt hier schon gerade etwas süchtig, muss ich sagen. Mir macht das gerade echt sehr viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.